Guten Morgen meine liebe Pfeifen-Community. Nach einer Woche Abstinenz, da meine Technik gestreikt hat, schaffe ich es wieder Videos zu drehen und zu schneiden. Ich möchte mich ganz herzlich beim Andreas, alias mein Vergnügen, bedanken, der mir dieses Video ermöglicht hat, da er aus seinem Urlaub mir diesen Tabak besorgt hat. Und zwar ist dieser Tabak leider nur in Holland zu bekommen, ein schöner Virginia Burley Flake. Aber ich stopfe mir ein Pfeifchen und dann gucken wir uns das ganze doch im Detail an. So, Pfeifchen ist gestopft. In der Pfeife habe ich den Trost Leises von der Scandinavian Tabakogroup. Ein Virginia Burley Flake mit einem sehr ansprechenden Tabaksbild. Ich als Flake-Liebhaber schmelzt das sowieso dahin, weil schöne Virginia und toller Burley. Wer diesen Kanal schon länger verfolgt weiß, dass ich auf Virginia und Burley Tabake unheimlich stehe. Und dieser Tabak entwickelt im Mundraum schöne Virginia Süße und dann kommt der Charakter des Burleys mit ein bisschen dunkleren Noten daher. Einfach genial. Also in Holland gibt es nicht nur tollen Käse und schöne Windmühlen, sondern auch super Tabak. Ich wünsche euch jetzt ein entspanntes Wochenende und sag, es hört mal Wings and Fly, euer Eaglepipe.